Hey, neuer Brian. Schlechte Nachrichten. Du musst verschwinden. Hä? Was redest du da? Das ist mein Zuhause. Niemand hier kann dich leiden, Mann. Tja, das sehe ich anders. Ich glaube, jeder hier mag mich. Nein, tun wir nicht. Wir mögen dein Essen nicht, deine blöden Karaoke-Abende und vor allem nicht die Art und Weise, wie du den Stuhl im Wohnzimmer vögelst. Naja, Rupert steht drauf, wenn ich ihn vögel. Was sagtest du? Rupert. Ich hab ihn gestern zwei Stunden durchgefögelt. Er lag nur da und hat's genossen. Ach ja? Ja, und jedes Mal, wenn er in deinem Arm schläft, wird er nur noch an mich denken.